Jo, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich bin nicht alleine. Ich habe meinen Freund, den Make-up-Koffer hier. Ihr wolltet, dass ich ein Video dazu drehe, zu meinem Make-up-Kit-Koffer-Make-up-Artist-Gerät und dass ich euch zeige, was da drin ist. Und das werde ich in diesem Video tun. Ich werde euch den kompletten Inhalt zeigen. Ich habe jetzt nicht extra das Ding aufgeräumt oder so. Ich möchte nur kurz vorher sagen, dass es keine Standard-Ausrüstung ist oder so, dass immer wieder was dazukommt, irgendwas verändert wird. Aber ich zeige euch jetzt einfach, wie es jetzt gerade damit aussieht, was da alles drin ist, was ich so brauche. Und ich würde sagen, wir fangen an. So, wir fangen jetzt mit diesem oberen Köpferchen an. Das kann man nämlich aufmachen. Man kann es auch abmachen, aber das zeige ich euch gleich. Und dann sieht das Ganze so aus. Und hier oben drin habe ich meine kompletten Lip-Liner und Kajal-Stifte. Das sind einmal... Einmal ist hier von Essence so ein Transparenter drin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür ich den brauche, aber ich wollte ihn haben. Der ist einfach durchsichtig. Sowohl Kajaler als auch Lip-Liner kann man benutzen, wofür man möchte. Dann habe ich hier von Grimas... Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Vier, fünf, sechs... Fünf Kajal-Stifte drin, beziehungsweise Lip-Liner. Das ist einmal ein schwarzer Kajal. Braucht man immer. Oh, es ist doch einer mehr, weil hier ist noch der weiße. Ein weißer Kajal. Dann ein bräunlicher. Ein pinker. Ein pink-korallefarbener. Und ein bräunlich-roter. Kann man sowohl als Kajal als auch als Lip-Liner verwenden. Und dann habe ich hier noch fast alle Lip-Liner, die es von Kiko gibt, außer eine Nummer. Ich glaube, 703 fehlt mir. Ansonsten habe ich alle. Das sind auch ungefähr alle Farben, die man so braucht. Von rot bis pink, bis ein bisschen mit Schimmer, bis koralle, bis peach, lila, dunkel, braun, alles Mögliche. Das sind die Lip-Liner. Und die sind hier drin. Dann ist hier noch ein kleines Fach. Da ist ein Wimpernkleber drin von Grimas. Zum Wimpernkleben. In dem Fach daneben ist eine Schere drin, zum Schneiden von Augenbrauen oder Wimpern. Also künstlichen Wimpern, richtige Wimpern schneidet man nicht wirklich. Die liegt hier drin. In dem Fach darunter habe ich eine Pinzette zum Augenbrauen zupfen. Und zwei Mascaras. Einmal eine wasserfeste und einmal eine nicht wasserfeste. Die wasserfeste ist die Glam & Doll Mascara von Catrice, die ich sehr, sehr liebe. Und ich kann mit der auch sehr gut bei Kunden umgehen. Von daher umso besser. Und die nicht wasserfeste ist von Icos Mascara Volumen Plus. Mit der kann man auch sehr gut Wimpern tuschen bei Kunden. Die hat so ein dickeres Bürstchen. Und die von Catrice eher ein kleineres Beides Gummibürstchen. Daneben in dem kleinen Fach liegt ein Amspitzer. Sowohl für kleine als auch für große Stifte. Den braucht man immer, weil jedes Mal bevor man irgendeine Kundin schminkt, spitzt man die Sachen neu an, damit sie einfach sauber sind. Daneben sind dann zwei Augenbrauenprodukte drin. Und zwar von Essence. Da sind jeweils vier verschiedene Brauntöne drin. Beziehungsweise jeweils zwei, insgesamt vier verschiedene. Damit man eben genug Auswahl hat, wenn man die Augenbrauen nachzeichnet. Und dann... Ach, hier sind übrigens noch zwei Lip Liner von Kiku. Die sind rausgefallen. Dann habe ich hier Augenbrauenstifte noch. Falls ich mit Stiften arbeiten will. Die sind von P2. Das sind halt drei verschiedene Brauntöne. Je nachdem halt, wie die Augenbrauenfarbe ist. Und dann habe ich hier oben drin noch den Pinselreiniger von Ebelin. Den finde ich super. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ich muss natürlich nach jedem Schminken von Kunden meine Pinsel reinigen. Und das mache ich immer hier mit. Und die werden wirklich sauber. Und da kommt alles Mögliche raus aus den Pinseln. Und der ist toll. Der ist wirklich, wirklich toll. Und der kostet auch nicht viel. Ich glaube, vier oder fünf Euro. Also, sehr, sehr gutes Produkt. Dann habe ich hier drunter in dem Fach Eyeliner drin. Und zwar zweimal von Essence. Einmal wasserfest, einmal nicht wasserfest. Das ist der Liquid Ink Eyeliner. Und einmal der Liquid Ink Eyeliner in Wasserfest. Und dann habe ich hier noch den Eyeliner von LCN drin. Den Infinite Liquid Eyeliner. Mit den Eilen komme ich super klar. Das sind alles Flüssig-Eyeliner mit einem feinen Pinsel. Also nicht so eine Filzstiftspitze. Aber mit denen kann ich am besten arbeiten. Klingt zwar unglaubwürdig. Aber es ist tatsächlich so. Mit diesen Filzstift-Eyelinern komme ich nicht so gut klar. Und mit Gel-Eyeliner arbeite ich momentan an mir selbst. Dann in dem Fach daneben sind ein paar Wimpern drin. Das ist jetzt nur, also, ne, nur drei. Da muss ich halt gucken. Wenn eine Kundin sagt, sie hätte gern Wimpern, dann kaufe ich welche. Habe ich jetzt aber nicht immer dabei. Das sind zweimal Einzelpakete von Grimas. Also Einzelwimpern. Und dann einmal ein Wimpernband. Ebenfalls von Grimas. Da schneidet man sich dann die Länge einfach aus, die man braucht. Und in dem letzten Fach hier oben ist ein, eine Eyeshadow-Base. Ein Primer. Einfach damit der Lidschatten besser hält und bessere Deckkraft hat. Dann in dem großen Fach hier unten drin habe ich einmal einen riesen Batzen Fixierpuder von Grimas. Einfach um das Make-up zu setten. Concealer, wenn man welchen benutzt. Ich habe, wie ihr seht, seht ihr gleich keinen Concealer. Aber egal. Ähm, Fixierpuder auf jeden Fall. Eine riesen Box. Dann habe ich hier Wattepads drin. Da brauche ich ja nichts zu sagen. Wattestäbchen. Und Feuchttücher. Einfach um die Hände sauber zu machen. Um kurz einen Pinsel abzuwischen oder irgendwas sauber zu machen. Auch um sich abzuschminken. Die müssen immer dabei sein. Und dann habe ich hier noch eine Konturpalette drin von NYX. Die benutze ich super gerne. Da findet man auch für jeden Hauttypen die richtige Farbe. Es sind vier Farben zum Konturieren drin und vier zum Highlighten. Zwei Highlighter davon sind matt. Zwei sind schimmernd. Und die finde ich super. Die ist super. Die ist super pigmentiert. Hat tolle Farben. Und die ist richtig, richtig gut. So, jetzt machen wir dieses Fach wieder zu. Und machen das ab. Das kann man nämlich auch einzeln nehmen. Zack. Und jetzt haben wir hier unten ein Fach. Jetzt muss ich sagen, ich habe noch nicht wirklich eine Ordnung oder ein System hier drin. Hier kann man dann erstmal nochmal dieses Fach rausnehmen. Da ist nicht viel drin. Nur eine Schere zum Haareschneiden. Und vier Haarplammern. Ich bin nämlich nicht nur Make-Up-Artist, sondern auch Hairdesigner. Deswegen Haarsachen. So. Dann habe ich hier zuerst mal meine Pinsel drin. Das ist einmal ein Pinsel-Set von... Das sage ich euch sofort. Natürlich steht es nicht drauf. Ich glaube, diese Firma ist Fräulein 3,8 Grad oder so. Da sind diese ganzen Pinsel drin. Augenpinsel, Gesichtspinsel, Make-Up-Pinsel. Alles, was man benötigt. Die hatte ich von Anfang an. Später habe ich mir dann selber noch ein Pinsel-Set zugelegt. Und zwar eins von Zueva. Das ist auch mit einem Pinselgürtel. Das heißt, das kann ich mir so an die Hose machen. Und habe das dann immer parat. Da sind sowohl Augenpinsel als auch Gesichtpinsel und Make-Up-Pinsel drin. Und ein Spatel, womit ich zum Beispiel Lippenstift oder Camouflage aufnehme. Damit es halt hygienisch ist. So, das sind die Pinsel, die ich jetzt immer benutze. Die eigentlich die anderen hier nicht mehr wirklich. Die sind halt einfach mega, mega gut. Also kosten auch ganz schön viel Geld. Aber die sind einfach der Wahnsinn. Das heißt auch, glaube ich, wenn ihr das bestellen wollt, bei Zueva Make-Up Artist Welt oder so. So, dann geht es weiter. Machen wir erstmal noch die Make-Up-Stoffen fertig. Ich habe dann hier zwei Lippenstift-Paletten von Grimas. So sehen die aus. Das ist komplett alles Lippenstift. Das ist auch alles Lippenstift. Hier ist einmal schwarz. Und das hier, was so grünlich aussieht, ist Lipgloss. Also, die sind generell alle matt. Und wenn man sie glossy haben will, gibt man einfach ein bisschen Gloss drüber. Und das funktioniert so. Ihr denkt euch so, hey, warum sind die in so einem Töpfchen? Dann geht ihr mit dem Spatel rein und tragt den Lippenstift dann mit einem Lippenpinsel auf. Das ist hygienischer. Und so kann man besser arbeiten. So, dann als nächstes habe ich eine Camouflage-Palette. Zwei Camouflage-Paletten. Hier ist einmal weißes und grünes Camouflage. Grün deckt Rötungen ab. Weiß ist, je nachdem, falls man vielleicht ein Karnevals-Make-Up oder so schminken möchte, braucht man weißes Camouflage. Und das sind die normalen Brauntöne. Von hell bis dunkel alle Farben dabei. Camouflage ist sehr, sehr deckend. Eine sehr feste Konsistenz. Man muss die ein bisschen auf dem Handrücken oder so verreiben, damit es ein bisschen flüssiger bzw. cremiger wird. Aber sehr deckend. Hält sehr, sehr gut. Ist auch Theater-Schminke, also für Maskenbildner. Ja, das ist die Camouflage-Palette. Ich habe aber auch noch anderes Make-Up und zwar Flüssig-Make-Up. Die sehen so aus. Da habe ich, glaube ich, acht Stück von da drin. Ich habe jetzt keine Lust, die alle rauszuholen. Das ist Flüssig-Make-Up. In, ich glaube, acht oder neun verschiedene Farben habe ich. Und das ist nicht ganz so deckend, aber trotzdem noch deckend genug. Und wie ihr seht, ich habe keinen Concealer. Ich benutze sowohl die Flüssig-Foundation als auch das Camouflage einfach mit als Concealer. Man kann dann eine hellere Nuance nehmen, um ein bisschen aufzuhängen. Man kann natürlich auch dunklere Nuance nehmen, um ein bisschen zu konturieren. Das kann man auch mit Puder machen, wie man will. Auf jeden Fall habe ich hier auch noch Flüssig-Foundation drin. Mehrere. Und dann zu guter Letzt, was Make-Up angeht, habe ich dann noch Lidschatten-Paletten. Vier Stück von Grimas. Die erste sieht so aus. Die zweite so. Die dritte so. Und die vierte sind Schimmer-Lidschatten. Und die sehen so aus. Ich nehme meistens noch meine Naked-Paletten mit zum Schminken oder andere Paletten. Die habe ich nicht da drin, weil ich die selber auch benutze, beziehungsweise die ich hier gerne zu Hause in meinem Schrank habe. Die packe ich dann einfach da rein. Generell, wenn ich irgendwas noch benötige, packe ich das einfach dazu. So. Dann habe ich hier eine kleine Box. Da sind Bobby-Pins drin in verschiedenen Größen. Haargummis, normal große Haargummis und diese ganz kleinen Gummis für kleine Zöpfe oder Sachen, die man nicht sehen soll. Die sind hier drin. Dann habe ich noch ein Kamm-Set von Comer oder wie das heißt. Das sieht so aus. Einfach viele verschiedene Kämme. Stiel-Kämme, große Kämme, kleine Kämme, schöne Kämme, lange Kämme, tolle Kämme. Alle da drin. Zum Kämmen. Und zum Frisieren. Natürlich. Dann habe ich hier gerade noch meinen Lockenstab drin. Das ist irgendeiner von Remington. Kann euch den mal kurz zeigen. So sieht der aus. Einfach so ein Lockenstab mit einer Klemme. Mit dem kann man ganz gut arbeiten. Aber da nehme ich auch einfach gerade das mit, was ich brauche. Wenn ich einen Fynn brauche, wenn ich ein Glätteisen brauche, wenn ich einen Lockenstab brauche, schmeiße ich das dann immer nach Bedarf rein. Der ist jetzt einfach durch Zufall gerade drin. Dann habe ich hier eine Bürste drin. Die ist auch von Comer, glaube ich. Einfach eine ganz normale Haarbürste. Und dann noch vier. Vier Rundbürsten. Und zwar eine kleine, zwei mittelgroße und eine große. Ihr wisst, wofür man Rundbürsten bohrt. Und dann sind nur noch die restlichen Flüssig-Make-Ups da unten drin. Und das war's. Das war ein My Make-Up Artist Kit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Video fandet. Ob euch überrascht, was in einem Make-Up Artist Kit so drin ist. Oder ob ihr euch das schon gedacht habt. Oder ob ihr euch das anders vorgestellt habt. Alles mal in die Kommentare damit. Und wenn ihr jetzt sehen wollt, wie ich mit diesen Produkten arbeite, verlinke ich euch mal ein Video von meinem anderen Kanal. Und zwar von meinem Make-Up Artist Kanal. Da seht ihr, wie ich Laura geschminkt habe. Mit diesen ganzen Produkten könnt ihr gerne mal reinklicken. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!